So Leute und herzlich willkommen nun zu Slender Revival wieder mit euren Gea Tobi und ja, wir sind jetzt hier so gesehen stehen geblieben. Wir haben uns das Haus angeschaut und wir sind jetzt draußen. Schreibt mal in die Kommentare was ihr jetzt hier in der Gegend, also hier im Prolog, in diesem Haus, soweit alles so gefunden habt. Ich würde mich gerne mal, also da würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich möchte jetzt keinen Playguide oder so, wo ich jetzt mal alles jetzt finden sollte oder so, aber auf jeden Fall wäre das mal sehr interessant. So, ist da irgendwas, oder? Kann man eigentlich hier springen, das glaube ich, nee, das war nicht so, ne? Achso, wir können auch die Kamera vor und zurück zoogen, auch geil. Ich glaube, da hinten kommen wir hoch, ne? Oh man, das sieht nicht gut aus. Wir sind ganz alleine hier. Oh, da ist ein weiterer. Seite 3. Boah, ich höre die Schritte. Boah, das ist echt unheimlich. Weil du hörst die Schritte, du guckst da irgendwo hin und dann ist es wieder weg. Ob jemand irgendwie sich ganz komisch nähern will. Ist da hinten was? Ist das eine Schaukel? Da hängt jetzt nichts dran, oder? Wow. Und dann mit Sounds könnt ihr echt gut umgehen. Achso, hier haben die Kinder von Kate gespielt. Also handelt das alles um Kate. Boah, das ist so heftig in dem Spiel, ich kriege mal vor die Gänsehaut. Ziemlich krass. Na gut, dann gehen wir wohl in den nächsten Abschnitt, oder? Shit. Und diese wir jetzt, hier die Person mit der Lampe da, die Frau. Vom Ausland ist es eine Frau, Mann. Oh, scheiße. Okay. Wir sind der jetzt angekommen. Na toll. Gehen wir mal da hin, das ist eine weitere Seite, das wir einsammeln konnten, oder? Ähm, ähm, schwimmige Areas, so Hinweis ist das. Das haben wir das auch in unserem Menü hier. Wir haben jetzt eins, zwei, drei. Auf jeden Fall sind auch irgendwie wie ich andere zwei Seiten noch da, also die zweite Seite. Ich weiß gar nicht, ob man was kriegt, wenn man alles findet. Wäre eigentlich ganz geil, oder? Was meint ihr? Sechs Stück erst mal. Okay. Ei, 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 ey. Das ist so derbe. Oxide-Pack. Sieht schon gut aus. Dann gehen wir mal rein, oder? Also hier fängt auch dann das mit der Beta an. Boah, ey. Ah. Wir sind hier irgendwie hier oben. Boah, derbe. Boah. Können wir da hoch? Ne, können wir nicht. Aber da ist schon mal eine Seite. Leute. Jetzt wäre WG Jagd, Leute. Möge die Jagd beginnen. Da ist die zweite Seite. Wow. Ja, da kommt er jetzt. Ei, 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 ei. Shit. Oh, der jagt uns. Der will uns haben. Aber er kriegt uns nicht. Du willst uns nicht kriegen, Slender. Nein. Hau ab. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Schön locker bleiben, ja. Nein. Da war er. Du willst es nicht kriegen, Junge. Boah, Alter. Irgendwas muss doch hier versteckt sein. Irgendwas muss doch hier versteckt sein, Leute. Hier muss doch eine verdammte Seite sein. Ja, ja, du willst es versuchen, ne? Irgendwas muss doch bei den Cortinern sein. Eine Seite. Na, wo ist das denn? Oh, da steht er. Da war er gerade. Wow. Da stand er wieder. Also der hat echt heimtückische Sachen drauf. Von dem Typ kann man sich nicht sehr sicher sein. Junge, Alter. Wow, da stand er wieder. Da war er wieder. Meine Fresse, ey. Der will uns ein bisschen verstören, ne? Ein ziemlich dolle. Kann hier nicht was sein? Wo ist das denn verdammt? Wow. Da stand er wieder. Mann, das muss doch hier irgendwo sein. Verdammt. Ist hier wirklich nichts? Ist hier wirklich nichts? Das gibt's doch nicht, Mann. Ah. Nein, da war er wieder. Oh, Mann. Junge, ey. Treib' das nicht auf die Spitze. Alter, wo ist der? Wo ist die Seite, Mann? Na, da. Wir haben's gefunden, Leute. Endlich. Wir haben drei von acht. Nein. Ja, und jetzt wieder abschüss, Landy. Boah. Da waren wir ja schon mal. Wow. Du wirst uns nicht kriegen, Junge. Boah. Versuche mein Bestes, Leute. Ehrlich. Versuche mein Bestes hier. Boah, der kann überall sein hier. Beispiel da hinten so ein Dixi-Klo, ne? Da müssen wir ja auch hin, glaube ich. Ich glaube auch so eine Seite. Da. Jetzt haben wir vier. Oh, Mann. Vier. Wir müssen noch weitere vier finden, um irgendwie weiterzukommen. Hoffentlich gelingt mir das auch. Wow. Da war er gerade. Scheiße. Alter, beruhig dich, Mädel. Mädel, beruhig dich. Das ist einfach nur so ein Typ, der will uns verstören. Alter. Ich merke, dass er hinter uns ist. Wie eiskalt, Mann. Scheiße. Nein. Wir dürfen, glaube ich, auch nicht stehen bleiben, oder? Oh, ist das fies, Mann. Wow. Da steht er wieder. Nein, da steht er auch wieder. Junge. Hau ab, Mann. Der will nicht, dass wir da zu diesem Turm gehen oder sowas, ne? Sandy, du kannst doch nicht davon abhalten. Irgendwo muss doch die Seite da sein, oder? Da hängt auch eine bestimmte Seite dran. Wow. Alter, ich habe da irgendwas gemerkt gerade. Wow. Nein. Werd nicht langsam, Mädel. Du schaffst das. Halt dein Verstand bei dir. Ich merke, dass er irgendwie rechts läuft. Äh, links läuft. Alter. Kann das nicht sein, dass da eine Seite ist, vielleicht? Bitte, lass da eine Seite sein. Das gibt es doch nicht. Ich höre, dass er irgendwie was von links, rechts ist. Läuft aber mal rechts. Wow. Alter, Slandy, lass mich in Ruhe. Hau ab von mir. Du hast keine Macht über uns. Nee. Ah! Shit, Alter. Shit, Alter. Nein, er hat uns erwischt. Scheiße. Alter, Leute, Alter. Das war richtig krank gerade. Derbe, Mann. Shit, ey. Nein, ich denke mal, das war's ja nochmal von diesem Part. Wir werden im nächsten Part dann weiterschauen, wie es weitergeht. Alter, das war schon echt derbe, Leute, ey. Haha. Alter, ich dachte doch, da wäre noch so eine Seite vielleicht oder so. Weil das sind meistens immer so Hinweise, diese Orte. Auf eine neue Seite und so. Aber wir werden das sonst im nächsten Part sehen nochmal. Ah, Mann, ey. Ja, gut, Leute. Haut rein. Euer Gertowicz. Ciao.